Grüß euch! Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute will ich euch einmal ein Bild zeigen, was man mit einer relativ günstigen Selbstbau C&C Fräsmaschine alles für eine Werkstücke fertigen kann. Die Werkzeuge, die ich für das Video verwendet habe, sind eigentlich alle relativ günstig. Also da sieht man einen 55 mm Messerkopf inklusive BT30 Holter chinesischer Fertigung, der was für etwa 60 Euro zu haben ist. Da ist ein 18 mm HSS Bohrer mit einer MK2 Aufnahme. Der erste Fräser ist ein bisschen teurer, das ist ein 12 mm Markenfräser und als Vergleich an günstigen 10 mm China Fräser für unter 10 Euro. Die pneumatische Werkzeugwechselspindel ist ebenfalls aus China, bei mir in einer Kombination mit einem 750 Watt Servo, wo es relativ gut funktioniert. Und die Maschine in dem Video, das ist die große C&C Umbau Fräsmaschine, wo ihr das 3D Modell, die Pläne und die Stückliste auf meinem Patreon Account herunterladen könnt. Wie man sieht, habe ich das Ganze noch um eine massive Spänewanne ergänzt, weil ich eben gesehen habe, dass nach einem ersten Test sonst meine relativ kleine Werkstatt komplett mit Spänen voll ist. Ganz kurz zu den Kosten der Maschinen. Also dieser BT-30 Werkzeugwechsel aus China inklusive 750 Watt Servo mit Endstufen, mit dem ganzen Schleich, mit dem ganzen Kabel, mit dem Pneumatikverbinder und 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 und, kommt auf 450 Euro. Die große C&C Umbau Fräsmaschine, kommt mechanisch auf 2618 Euro. Das ist inklusive der Edelstoll Verstärkungen, der Itemprofile kategorisch schwer, der 20 mm Linearführungen und der 1605 Kugelumlaufspindeln. Und wenn man das Ganze sich so aufbaut, wie man das jetzt an dem Video sieht, mit der Spänewanne, mit der Steuerung, im Edelstollgehäuse, mit dem Estelcam, Handrad und und und, dann kommt man ungefähr auf 4.500 Euro. Also für 4.500 Euro hat man die komplette Maschine, so wie sie da im Video eigentlich zu sehen ist. Ja, und was man damit so machen kann, das seht ihr jetzt in den kurzen Videos. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020